ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ich möchte euch heute einen bug auf dem gommehd.net server zeigen und zwar kann man auf der map kartum in dem spielmodus mind war aus der map buggen und ja das möchte ich euch heute einfach mal zeigen übrigens kleiner fun fact in dieser runde in der ich es euch zeigen wollte also in der ich das aufgenommen habe war auch der youtube real trainer riole keine ahnung wie man das ausspricht so i can only say that it feels right it feels right it feels right say that it feels right hier muss man jetzt aufpassen dass man nicht überall am rand runter gehen kann sondern dass es da wirklich nur eine möglichkeit gibt einen weg und den zeige ich euch hier beim runterspringen muss man dann aufpassen dass man unbedingt immer rechtzeitig regeneriert und nicht sofort weiterhüpft da man ansonsten sofort stirbt und man muss genau aufpassen genau den weg nehmen nicht genommen habe da kann man sich nämlich leicht für die falsche seite entscheiden tja und dann sind wir auch schon unten es gibt allerdings noch einen zweiten bug den ich euch ebenfalls zeigen möchte der ist jetzt nicht ganz so spektakulär aber dennoch eine erwähnung wert es gibt nämlich vier kisten auf dieser map unten die wohl dazu da waren und dann die blöcke in diese wer sind ja stellerräume zu bringen allerdings wenn man eine dieser kisten anklickt normalerweise kriegt man ja dann pfeile und so etwas bei einer kiste droppen allerdings dann alle köpfe wenn man sich einen aufsetzt kann man einen zweiten im inventar haben und ja dann hat man köpfe auf allerdings da man nicht wieder zurück in die map kommt ohne zu sterben kann man sie jetzt nicht wirklich im kampf einsetzen oder tragen ja ich hoffe das video hat euch gefallen und dass es recht hilfreich war das war es jetzt auch schon wieder wenn ich euch helfen konnte würde ich mich sehr über das ein oder andere like kommentar oder abo sehr freuen und bis zum nächsten mal ciao